Hallo, willkommen bei neuen Part bei Harvest Moon. So, jetzt gucken wir erstmal den Kalender an. Okay, wir haben noch den dritten. Dann sag ich mal, gehen wir erstmal raus. Die Hühner habe ich hoffentlich in den letzten Part reingeholt. Jo, das hätten wir. Gut, natürlich haben wir noch sehr viel zu tun, Harvest Moon. Okay, dann sag ich mal, gehen wir einfach mal ins Bett und dann warten wir bis auf morgen. Dann können wir morgen wie vor allem so ein paar Dinge erledigen. So, morgen scheint die Sonne, ist schon mal perfekt. Ja, 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 was willst du? So, jetzt haben wir einen Apfel. Okay, muss ich mal im Menü gucken, was ist das da? Ein Apfel. Gut, verkaufen wir einfach mal. Ah, genau, in dieser Part wollte ich ja auch meinen Hammer mal weiter. Das können wir dann sofort mal machen. Aber erst gehe ich hier mal das Feld. So, wenn das getan ist. So, mal gucken. Gut, gehe ich mir einfach mal weiter. Dann werde ich mir noch puren und nachher noch ein paar Blumen senken. Etwas Geld sparen, dass wir die größere Taste bekommen können. So, dann gehe ich mir kurz mal ins Feld. Das sind, glaube ich, Tomate, die ich mir letztes Mal in Kauf habe. So, da haben wir noch Honig. Gut, habe ich noch gemacht. So, schöne Dickei haben wir jetzt hier. Das eine Ei werde ich verkaufen. Und die andere werde ich dann einfach mal verschenken. Jetzt gleich. Weil die Braut ist auch hier Fall. Diese Eier. So, dann hole ich mir erstmal alle Hühner raus. Das wäre für Anfang auf jeden Fall mal sehr gut. So, das wäre schon soweit gepackt. Kurs haben wir noch keine. Ne, haben wir noch nicht. So, noch so ein Schwerz. Okay, das Schwerz hat jetzt mittlerweile auch ein Herz. Das ist sowieso schon mal perfekt. So, ich werde Hammer weiter und auswählen. So, morgen können wir jetzt wieder abholen kommen. So, die habe ich jetzt um 11 Uhr geöffnet. Dann warten wir kurz mal. So, na, da kommst du. So, geben wir kurz mal alle Hühner ab. Okay. So, die hat jetzt alle Hühner bekommen. So, ich gehe mir kurz mal in den Wald rein. Dann suchen wir mal kurz ein paar Sachen, die wir verkaufen können. So, dann gehen wir da Cosmo ein. So, das wäre jetzt alles. Jetzt gehen wir kurz mal zurück. Jetzt sagen wir auf jeden Fall ein paar Blumen ein. Ich gehe kurz den kompletten Berge hoch. So, hier wäre die schöne Blume. So, da hinten wäre auch noch ein paar Blume. So, gehen wir auf jeden Fall schnell mal runter. So, dann bringen wir kurz mal die Blume dahin. Dann werden wir mal weiter gucken, was wir dann jetzt noch so machen müssen. Im Prinzip kann man machen, was man will. Das werden wir auf jeden Fall da mal gucken. So. Leider hat die immer noch kein lilares Herz. Sehr schade. Jo, dann geben wir noch mal den Wald hin zurück. Und holen noch mal ein paar Blume. So, dann geben wir die Cosmo ein. Dann sammeln wir die Cosmo ein. So, hier wären wir wieder. Wollen wir kurz mal mit. Die Versenken mir auf jeden Fall. So, jetzt schnell runter. Vor 19 Uhr müssen wir da sein. So, packen wir die Fall noch vor 19 Uhr. So. So. So, kommst wir herunter. Na komm, beeil dich mal. So, das hängt mir noch mal die Blume. So, können wir sofort wieder zurückgehen. Mal sehen, wie viel Geld ich bekommen habe. Okay. Auf jeden Fall nicht genug. Ich sagte mal, ich spare mal das Geld, damit die Hühnerstelle weiter können. So, wennh